Hört ihr das? Oh, eine Krähe? Oh mein Gott, ich bin ja so verängstigt, nicht? Mehr als eine, ein ganzer Schwarm von ihnen. Ich schau genau durch jede Tür. Rennt! Ich sehe Schatten, frag mich, warum sind sie hier? Ist dir Suspekt? Wer ist denn Gats? Ich hör Geräusche und frag mich, was es war. Rose, pass auf! Rose, nein! Okay, ihr fedrigen Spinner, ich bin normalerweise süß, fragt einer meine Freunde. Aber ihr bleibt müsst Kristallspiegel wegblasen! Und warum! Ich schau es mir! Okay, ihr habt ja... So, ihr habt ja... Dann geht es mir! Und wer ist, was es? Nou, das war ja... Dann geht es mir um...